Du willst zwei ungleich breite Bretter auf Gärung verbinden, aber mit 45 Grad passt es nicht? Hier kommt die Lösung. Egal wie ungleich deine Teile sind, du musst nichts messen. Einfach deine Teile nacheinander bündig übereinander legen und die jeweilige Breite anzeichnen. Dann die Ecken verbinden und jeweils ein Teil absägen. Fertig. Schon passt deine Gärung perfekt zusammen. Das Ganze heißt übrigens falsche Gärung. Genial, oder? Folgt mir gerne für mehr Tipps und Tricks.